Kann das sein, dass die Klassen im Multiplayer und im Warzone unterschiedlich sind? Yes! Ja, die haben sie getrennt. Die haben sie jetzt getrennt. Du ein Schei. Ich hab mich jetzt gerade in die Klasse left. Dann hast du 20 Klassen. Ist doch gut. Ja, super. Ich dachte, ich kann jetzt mit der Klasse spielen. Ja, es ist kacke, wenn man nichts davon weiß, ne? Ich hab die ganze Zeit jetzt schön... ...euren Rat mal befolgt und das letzte DMR ausprobiert. Ha. Da war ich jetzt gerade kurz vor Goldlevel. Ja und? Das ist doch nicht weg. Nein, aber da hätte ich jetzt gerne nicht gespielt. Gibt's überhaupt keine Feinde. Wo sind denn die? Ja, überall Feinde. Alter, er hüpft. Achso, es sind noch 4 Sekunden. Deswegen hab ich den Kill nicht mehr gekriegt. So. Pyro. Wo willst du hin? Wo ich hin will. Hier Military oder was? Oder... Query. Boneyard. Boneyard willst du hin, alles klar. Also ich... Wo ist das hier empfohlen? Direkt in die Action. Mir ist egal, wir können doch nach hinten. Wir gehen nach Boneyard. Ganz, ganz viele Häuser sind da und wenig Action. Ja komm Kai, dann... Damarsch. Jetzt bin ich schon auf dem Weg nach Boneyard. Echt? Ja. Okay. Guck mal, da gehen doch nur 30 runter. Da ist doch nicht viel. Ich hab schon einen gesehen. Scheiße. Auf dem Zug. Auf dem Zug ist einer drauf. Ach, da ist schon mal einer. Scheiße. Scheiße. Ich hab ihn nur down. Aber nicht gekillt. Und Wumme natürlich sofort leer, ne? So, ich bin auf dem Weg zur Flagge. Ja, ich würde auch mich da hinbegeben. Ähm... Braucht ihr Panzerung? Ich hab ne Panzerkiste. Panzerung ist immer gut. Gut. Ich bin auf dem Weg zu euch. Hier ist ne Bison. Ja, ich bin jetzt gut ausgestattet. Ich hab ein Sturmgewehr und ein legendäres Scharfschutzgewehr. Oh, ich hab ne Aufklang der Drohne. Richtig. Äh, du bist auch. Weil ich da für Videos gesehen hab, ne? Die schmettern da Semtex drauf und... Äh, nicht Semtex, C4 und... Und gehen dann die Leute töten. Damit. Das ist geil. Fliegen da hin und der andere zündet das, äh, C4. Wir können Loadout holen, ne? Ja, ist doch schon mal... Wunderbärchen. Haben auch gleich ein Helikopter da stehen. Primärziel abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Alter, kommt der hier so reinge... Oah, 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 oah. Wo sitzt denn der? Schildbruch! Aufheben. Nix. Sofort, Kai. Er geht hinten rum. Er kommt gleich durch die Haupttür. Ich hab' ihn aber... Ge... Ge... Ge-Failed. Kommt, Oah, oah. Oah... 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 Ich bin im Gulag. Ja, sicher. Hier wurde der Arsch verboten. Wir bringen dich zurück zur Basis. Oah... Ein Schrott. Los! Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Ich bin dran, Hagen. Versuch mir mal was anzusagen. Ähm... Hinten... Also von dir rechts, rechts in der Ecke. Ganz hinten rechts in der Ecke. Hab ihn. Sehr schön. F***. F***. Ähm... Einsatz mit X. Scheiß Pumpkanon. Tue... Ich f*** nur noch ins Geld. So sieht die aus. Jochen sie f***. Tue... ... ... ... ... ... ... ... ... Sterbt hier in Ehrentod, dann fangen wir noch mal von vorne an. So, jetzt kann ich noch mal einen von euch wieder. Da ist einer. Alter! Hast du die Hüfte geschossen? Ich hab aus Hüfte! Warum hat doch nicht einer davon getroffen? Weil deine Hüfte ein bisschen beschränkt war. Hm? Deine Hüfte wahrscheinlich Implantat ist. Mach mal einen Neustart. Letzte Runde. Immer Mimimimi habe ich hier auf dem Headset, ey. Kannste ja spielen bis 8. Mach ja noch. Mach ja noch mal. Mach ja noch mal. was für eine Waffe würdest du vor allem machen? 1.94 was ist es? ein gewehr mit dem ich recht gut klarkomme taucht zwar nirgendwo in der top 5-liste auf, aber ich hobel darin vorne Alter, was ist das denn die Drago von Haus zu Haus? treffe ich ja noch nicht mal der Feind springt über dem Gebiet an auf den Himmel ab das Aufwärmen ist erledigt legen wir endlich los Drago von Haus ist echt ein Knüppel ich hab da aber auch noch nie einen aktiv mit spielen sehen oh der Kregel ist mal voll drin mhm da wolltest du hin zum Military ich würd da gerne hin hm, hör mal wo willst du hin? Military ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt ne, ich hab Military ja ja, Military ja ja, wir gehen Military gut sagt, nehmen Military der ist doch voll weit weg alter genau das ist der Plan damit die erstmal die ganzen Freaks aus dem Flieger rausspringen ja, hat nicht funktioniert sind immer noch 70 drin außerdem ist das weit weg vom Schuss nicht direkt über der Einflugschneise oh, ey Sascha, das hat bisher noch nie funktioniert wenn du was ausgesucht hast ich hab ja den hier ausgesucht dann legen wir uns da ins Gras und warten bis die Zone kommt ich hab nur einen Vorschlag gemacht ist ja okay einer fliegt da mit uns hin zwei drei also vier acht also es wird voll Alter, was ist da los? Alter, was ist da los? nein einen hab ich K.O. super Idee habt ihr gehabt ich geh raus aus dem Spiel einer hab ich Steph so auch einen tot ein Teammitglied hat den KULAK betreten ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz noch nicht ganz Helikopter ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert ach scheiße was hast du denn gemacht ach so aber dann kommt der K.O. wieder wenn wir den Auftrag abschließen ja ja ist gut also wenn den KULAK also wenn den KULAK versauen ja ist auch scheiße er kommt schon wieder ich bin auch ein KULAK Monster blöder blöder Wünsche haben wir haben wir den Auftrag jetzt eigentlich? ne ne? doch, meistgesucht haben wir ah egal das gibt die KUHLE hier ist auftrag mit aufklärung also zwei die mich holen wollten habe ich weg gemacht hier oben ist einer drin zwei sind da oben drin ich bräuchte mal ein bisschen markiert habe habe ihn gehittet kommen zu dir der vierte alle wissen wurde er sich hingezaubert ich habe einen schildbruch verpasst frank pass auf da war einer hin habe ich schild hochverpasst ich habe keine monaten da renten da hinten rennt herum der fliegt weg der rennt dahinten rum kai kommst du mit hier unter uns hier oben ist irgendwo einer alter hier auf dem turm ja da ist den jahr ich doch es spricht jetzt hier vom turm alter ein den anderen k.o. sauber hat sie den nächsten dauerung sauber team geht doch kai was kann ich das wenn die panzerungstasche hier habe ich habe schon eine ist ein auto bei mir ein auto ja komm dann gehen wir mal ein loko und wir müssten gleich genug haben für den loadout ein auto das du meinst das quad was da rot ist ja das hatte ich mir schon angeguckt das da ist aber keiner so drauf aber bei der flagge da ist ein roter punkt habe ich gerade gesehen bei mir sind zwei stück ja ja ich komme noch nicht wo sind die kannst du nicht schossen scheiße scheiße so eine made von hinten noch man kann man so ekelhaft in der ecke hocken ob die ganze zeit in diesem dreckigen haus wartet und einer vorbeiläuft dann mache ich mal einen taktischen rückzug und hol euch beide wieder oder einen von euch wenigstens mich brauchst du nicht wiederholen alles klar dann hole ich den kai warum nicht sagen weil ich wieder gekommen bin sitzt die alte bei dir oder was die alte bei dir die bringt die kurze ins bett oder warum bist du wieder gekommen weil er den gulag gefunden hat ach gut gegner ja ich bin ich bin zum zum links lass uns mal abhauen lass uns lass sie da mal alleine ich habe nicht eine waffe ich ja aber ich mag das nicht wenn ich nicht weiß wo die viecher sind und da sind ich muss da hin meine platten und meine waffen holen ich hatte super waffen da sind mindestens noch zwei teams ja aber wenn es zu dritt sind okay aber wenn ich alleine bin dann habe ich da keinen bock drauf gegen zwei teams anzutreten so jetzt kann ich wieder runter kommen da gibt es nichts bei mir guck mal hier oben einfach nur einfach nur so da lagen da haben kai und ich gerade zwei weg gemacht da liegen platten noch rum hier oben bei dem turm loko ich bin doch bei dem turm nein bist du nicht guck mal wo meine markierung ist da bei dem turm ja aber da unten sind zwei ja alter brauchst du doch platten oder nicht ach da ist ein loadout gekommen brauchst du keine platten na gut komm dann geh ich mit dir geh ich mit dir mit geh da hoch sollen wir nicht hin da unten steht einer schade komm zum loadout würde ich dir nicht empfehlen dass du da jetzt einfach so hingehst kai ich mach die alle weg wenn meine waffen wieder haben schade liegt da nur einer ein loadout ja dann ist doch nur ein team also wir die dürften da rechts irgendwo sein auf jeden fall habe ich da einen beschossen ich komme mit dir mit das ding ist ja richtig scheiße braucht einer munition oder sowas ich habe hier eine munition ja munition wäre super ja jemand interesse hieran fette munition und wir müssten uns mal langsam moven wir müssen in die zone hm jo dann abbarsch komm auch du mover ja ja aber ich habe gerne high ground wofür sie die straßen gebaut haben echt hat der adi sich so eine mühe mitgegeben ja ey ihr schweine wartet auf mich ich muss doch da irgendwo lang laufen aber ich mache mich halt nicht alleine hin ja jetzt kein kai geh nicht geh nicht geh nicht hab einen auf dem campernavi gehabt gehabt geh nix ja die richtung war der wo ich jetzt hinguck ungefähr 20 30 meter du musst markieren kai ich sehe das nicht wo du hinguckst du musst immer markieren ah die richtung ungefähr aber der ist weg vom campernavi das ist doch schon besser aber ich kann ja mal scopen gucken ob ich da was sehe aber ich sehe so ein fernglas ich habe ein scharfschützengewehr ja toll sehen sie uns auch direkt knaller nur wenn ich sie angucke ne da ist aber nichts und wenn ich was sehe dann ist sie tot jetzt schwöre ich da ist nix komm lass uns mal so rechts in die in die zone rotieren hier hin wieso dahin weiß ich nicht einfach gefühlsmäßig da sind häuser da können wir ein bisschen looten der kai der ist schon unterwegs schieß ja sonst jammerst du immer dass ich nicht mitkommen jetzt du sollst beim team bleiben und nicht einfach loslaufen und wenn dann mal wenigstens was sagen vielleicht soll der team ja auch bei mir bleiben nix bei dir bleiben du musst auch eben mal was sagen hinter mir hinter mir schieß es die alle sind hier aha da oben am bauen ist er da tot also der ist ko auf jeden fall da ist noch einer da oben am baum schildbruch ich bin auch ko ey zwei stück sind da noch ja zwei stück das ist das problem ist ja ein team nur wenn ein team kamerad von uns einfach weg läuft ich war 50 meter vor und war jetzt da bei euch die ganze zeit zählen wir keinen müll jetzt jetzt geht's zurück an die front verlierst du ist dein kampf vorbei du bist dran soldat zeig diesem Sack auf hier wurde der Arsch versohnt Mader ey das war nicht schlecht ich weiß wie viel kill es habe ich eigentlich Schatte 3 Schatte 3